Ich mache es kurz. Das ist Robert Felder. Er beginnt heute an zu arbeiten. Wir alle wünschen Ihnen viel Erfolg. Hey, hey, wie heisst du? Hallo Stefan. Hast du ein Auto dort? Was? Du verstehst nicht. Ich dachte, den Mann habe ich nicht gesehen. Hau ab, verpiss dich! Mit 130 erwachst du langsam. Mit 150. Ich beginne zum Hingerkopf zu kribbeln. Mit 180. Lässt dich langsam alles auf. Ich bin glücklich. Töcher, hörsch.